Bilderbuch ohne Bilder Der abendländische Hörer sollte sich hüten, über die folgenden üppigen und bildhaften Berichte der zahlreichen Buddha-Legenden zu lächeln. In ihnen strömen bei jedem Schritt, den der künftige Buddha tut, Scharen von Göttern aus den verschiedensten Himmeln herbei und brechen in laute Jubelrufe aus. Man darf nicht vergessen, was in den mittelalterlichen Kirchen das mitunter kindlich-kitschige Heiligenfresko für den des Lesens unkundigen Gläubigen darstellt, ist die blumige Erzählweise der Vorgeburtsgeschichten für den Glauben, der erst knapp 500 Jahre nach Buddhas Tod erste Abbildungen des Erleuchteten kennenlernte. In ihrer blumenreichen Art bietet die Quelle Lalita Vistara eine mit zahllosen Ausschmückungen überfrachtete Version. Die Quintessenz dieses Berichtes ist, dass mit der Geburt von Lombini ein überweltlicher Buddha der Menschheitsgeschichte vom Himmel herabstieg und sich den Menschen offenbarte. Demnach ist Gautama Siddhartha nur eine Wiedergeburt von mehreren Buddhas. Die vorletzte Geburt kennt ihn als Prinz Vishwantara. In den mit Übertreibungen überladenen Vorgeburtsgeschichten heißt es, dass im Tusita-Himmel, die Tusita-Götter waren den vier Himmelskönigen und einer Klasse von 33 Göttern noch übergeordnet, Hunderttausende von Göttern ihn priesen. Zusammen mit Millionen himmlischer Musikantinnen, umgeben von Blütendüften, wird er zum Herabstieg auf die Erde aufgefordert. Genaueste Kriterien bestimmen die Auswahl des richtigen Zeitpunktes, des angemessenen Kontinents, des richtigen Landes, der angemessenen Familie, die 60 Vorzüge aufweisen muss, und der angemessenen Mutter, die 32 Eigenschaften aufweisen muss und sie natürlich sämtlich erfüllt. Und so kam es, dass der Bodhisattva, der künftige Buddha, der auf dem Weg zur Buddhaschaft Begriffene, auf die Erde herniederkam und wie ein weißer Elefant in die Seite seiner Mutter einfuhr. Als der Bodhisattva den Tusita-Himmel verließ und in den Schoß seiner Mutter einging, da wurde in der Welt der Götter, in der Welt Maras, in der Welt Brahmas, unter dem Geschlecht der Asketen und Brahmanen, der Götter und der Menschen, ein unermesslich großer Glanz sichtbar, der noch die überirdische Macht der Götter überstieg. So suchte sich Mutter Maya im Hain von Lumbini einen würdigen Ort zum Gebären. Es heißt, alle Bäume haben sich im Hain ehrfürchtig zur Erde verneigt, um der Ehre der hohen Geburt teilhaftig zu werden. Ein besonders tief sich verneigender Baum bekam auch das Privileg. Maya hielt sich bei der Geburt an seinen Ästen fest. Deutlich konnten die Götter sehen, wie der Bodhisattva in der typischen Yoga-Haltung mit verschränkten Beinen im Mutterleib saß. Als die Zeit des Gebärens kam, trat das Kind aus dem Leib der Mutter heraus, und zwar aus der Seite. Und die Götter gossen wohlduftendes Wasser über den Neugeborenen, und die ganze Welt war erfüllt von strahlendem Glanz. Als der Bodhisattva aus dem Leib seiner Mutter hervorging, ging er rein daraus hervor, unbefleckt von Wasser, unbefleckt von Schleim, unbefleckt von Blut, unbefleckt von jeder Unreinheit, rein und sauber. Wie wenn ein Edelstein auf ein Gewand von feiner Baumwolle gelegt ist, der Edelstein das feine Gewand nicht beschmutzt und das feine Gewand auch den Edelstein nicht beschmutzt. Die Anekdote vom Seher Assita darf nicht unerwähnt bleiben, hat sie doch eine Ähnlichkeit mit dem Greisen Simeon aus dem zweiten Kapitel des Lukasevangeliums. Assita erspäht zu seinem Erstaunen eine Menge Götter, wie sie hochbeglückt ihre Kleider schwenken und hell jubeln. Er fragte, was das zu bedeuten habe, und die Götter antworten, dass der Bodhisattva vom Himmel herabgestiegen und von einer Frau geboren sei. Ihr Jauchzen und Singen und ihre Musik hörte man schallen. Der Seher fliegt durch die Luft und begutachtet den kleinen Bodhisattva, über dem andere Götter und Musikantinnen kreisen. Er wird traurig angesichts seines hohen Alters, denn des höchsten Meisters Lehre, werd ich nicht hören. Bekümmert verlässt er die Wohnstadt des künftigen Buddha. Die Jugend des künftigen Buddha ist wohlbehütet und verläuft in Luxus. Ich war vornehmen, Mönche. Ich war sehr vornehmen. Ich war außerordentlich vornehmen. Für mich waren bei dem Palaste meines Vaters Lotusteiche gegraben. Hier blühten Wasserlilien, dort Wasserrosen, dort weißer Lotos, so viel ich wollte. Und ich hätte damals kein duftendes Gewand getragen, das nicht aus feiner Baumwolle war, sondern aus feiner Baumwolle war mein Turban, aus feiner Baumwolle meine Jacke, mein Gewand und Obergewand. Bei Tag und Nacht wurde über mich ein weißer Schirm gehalten, da man dachte, dass ihn nicht Kälte noch Hitze, noch Staub, noch Gras, noch Tau berühre. Die vielen Berichte, wie Gautama beim Bogenschießen alle anderen Mitbewerber übertraf oder wie er an seinem ersten Schultag den Lehrer fragte, welche der 64 Schriften er gelehrt bekäme, wobei der Lehrer selbst nicht alle Schriften kannte, sind bekannt. Aus den auswuchernden Erzählungen über seine Brautwerbung, ebenso üppig und maßlos wie die anderen Bilder, können wir folgenden Kern herauslesen. Der Vater verheiratet ihn, als er 16 Jahre alt ist, mit der gleichaltrigen Yasodara. Die Ehe wird noch ein Problem für ihn werden, obwohl sie in Luxus eingebettet ist. Dieser Mann, der sogar angeblich drei Paläste sein Eigen nannte, gab alles auf, um sich der Besitz und Hauslosigkeit hinzugeben. Die Frage, was ihn zu diesem dramatischen Schritt bewogen hat, wird uns noch beschäftigen. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020